Wow! Geh weg von denen! Das sind zu viele! Scheiß die Wand an! Oh, schon tot! Pass auf! Achso, du kannst ihnen keinen Schaden machen, den Typen! Die haben heilige Verteidigung! Das passt gut! Ich habe jetzt... Triff Magik, damit ein Tierwesen, Angriff und Kaninchen und Tiger! Okay, cool! Und ich habe Rang C erreicht! Das heißt, Zombie wird freigeschalten! Zombie! Luki, Luki! Zombie, Zombie! Zam, ham, ham! Okay! Jetzt... Achso! Zombie Rang C, Schildkröte Rang C und wir haben den Roboter freigeschalten! Ne, eben nicht! Wir müssen nur die Menschen freigeschalten! Ja, super! Das ist abgeschlossen! Ich bin tot! Weg von denen! 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 Wieso sind die nicht so stark? Na, stark nimmt sie! Und da können wir die Quest nicht machen! Wir sind zu schwach! Oh, klar! Verdammt, scheiße! So, Mehrwert war da was freigeschalten, ja! Nicht mit mir, Tim! Wir müssen aus dem Dungeon raus! Jetzt sieht man doch schnell die hier und danach! Oh, weg von denen! Weg von denen! Weg von denen! Weg! Du kannst nichts von machen! Wir müssen erstmal raus! Wir müssen erstmal anderen Dungeon machen! Ne, raus hier! Alter, raus hier! Scheiße! Ne, muss nur bei der Frau! Ah! Du kannst auch laufen! Ich würde teleportieren, ne? Oh! Okay, gut! Das ist noch zu schwer! Ich würde nicht warten! Ey, komm, was ist auch noch hier? Ich bin zwar schon gekillt von denen! Schade, ich dachte, wir sind schon stark genug! Und nicht! Wir müssen mal Level 6! Na, knapp Level 16! Okay! Also, weiter geht's hier! Gut, dann haben wir wenigstens das gemacht! Das kriegen wir hin! Hier ist es auf unserem Level! Ich bin tot! Ne, doch nicht! Du bist tot! Mit der Schnellsterbung! Der Pissschleck hinterlasse! Gut! Da kommt mein T-Shirt! Hast du gesehen? Mein T-Shirt! Ich kann das gerne noch mal! Das schüttet nur... Ja! Doch nicht so schön, die, ähm, die Märmeide! Die ist eigentlich übelstark! Kuschelheim haben wir jetzt entdeckt! Level 16 sogar! Wir nehmen uns erst mal hier lang! Ich bin nicht tot! Ich bin nicht tot! Hier, nehmt die Schalki! Hier, nehmt die Schalki! Nimmt die Schalki! Mal kurz gucken... Hier ist alles Dings hier süßer still hier! Hier, bringen die Schalki zur Hexe! Aber erst dann kommt er nach oben dahin! Das heißt, dürfen wir jetzt hier runterlaufen, was wir hier lang... Speichern! Perfekt! Jetzt mal... Alter, das hat 93 Gegner hier! Ach, war es ernsthaft? Was ist das noch gewesen? Triff, kriegt er mit Dunkelschaden... Ja, okay, das krieg ich hin! Ach, okay, das krieg ich hin! Was ist denn mal? Puff-Chalk, gut! Hier, runter, hier! Wir haben ja schon... Schließt du Eis? Nein, nein... Lalalala... Ich hab hier die Dinger gelesen... Dinger? Dinger? Ups, ich mal... Ach, 17 Abschluss... Achso... Oh, jetzt sind wir hier, genau... Jetzt sind wir hier... Zuerst, dann steht fast fertig... So, abgeschlossen... Lässt, abgeschlossen... Gut, Mermite abgeschlossen... Perfekt... Mermite Rang C erreicht... Okay... Das ist bloß ein Schlag... Warte mal, ich will... Warte mal, jetzt muss ich ja kurz was gucken... Weil du brauchst, Klobe Plus... Ja... Hier ist es scheißegal, welchen Rang du hast... Hier... Bei... Bei... Bei Necromat... Weil der muss außer Rang C kommen... Und... Also da muss Rang A kommen... Genau, die Schnecke... Damit wir... Einen Schurken freischalten... Und danach den Necromat... Weil ich versuche jetzt auch bloß grad... Eben den Zauberer ein bisschen hochzuleiern... Danach nämlich... Muss ich auch noch dann die anderen nehmen... Ey... Bösen Viecher... Wollt ihr blöde... Lassenstock erledigt... Ja... Jetzt kannst du einen anderen Charakter dabei nehmen... Ey... Ja, welchen... Weil ich... Na, wir müssen... Warte... Wir müssen... Wir müssen höher machen... Die Schnecke... Auf A... Also Schnecke... Den Muskelmann machen... Der schwer... Wie sagt Schnecke eher machen... Dass die Schnecke höher kommt... Dass sie auf Rang A kommt... Und ich mache dann noch... Ich müsste die Schildkröte eigentlich machen... Na dann mach ich ja dich... 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 Ich brauche ich dafür ja auch... Ich habe keinen stumpfen Schlag drin... Ich habe keinen stumpfen Schlag drin... Ich habe keinen stumpfen Schlag drin... Wie kommen wir denn jetzt hier hin... Irgendwie... Warte mal... Irgendwie von... Keine Ahnung... Guck mal hier... Ah guck ja... Du hast ihn weggefunden... Ja... Hallo... Ja, ihr Kraul ist meine Verbesserung... Schlaf, 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 schlaf... Äh... Lustig Schlag... Turtle... Sonken... Oh... Wo ist man denn hier gelandet? Oh, schlimm auch... Ach... Wenn es völlig grün ist, fühlt es sich das Wasser sehr gemütlich an... Ich habe gerade ein wenig reingepinkelt... Ich spüre immer, wie sich meine Gesundheit regeneriert, wenn ich in das Wasser taure... Ich weiß noch... Wie heiß... Die Quellen früher blau schimmerten... Aber aus irgendeinem Grund wurde sie im Laufe der Zeit immer grüner... Äh... Schwimmen... Ähm... Ne, nicht mit der... Mit der nicht... Doch, schon... Was auch rum... Das war ja beide der Turtle oder was hier... Ne, wollte ich eigentlich nicht... So, Turtle... Meine Jungfrau muss auch im Wasser rumschwimmen... Ja, ich weiß es... Oh, die brauchen wir nicht mehr... Komm raus hier, wir müssen weitermachen... Dann komm raus hier, wir doch... Dann kannst du die Schnecke daneben... So... Das ist nochmal hier... Witzeln... Gut, dann müssen wir jetzt... Äh... Jetzt sind wir hier, ne? Ja... Hier drüben... Hier drüben... Komm jetzt... Ah, genau... Machen wir jetzt hier rüber... Das ist die normale Welt hier... Da können wir jetzt hier unten lang machen... Du musst halt Schildkröte oder... Ja, mehr Jungmaid... Oh, ne... 28... Vergiss es! Alles klar... Gut... Wir sind ja jetzt... Hier, ne? Kannst einen anderen wieder nehmen... Anderen Charakter... Hm... Jetzt können wir aber hier rüber gehen... Ah, gar nicht... Wir kommen ja zum Dingsjahr hier... Nee, falsch... Ist immer falsch... Ist immer falsch... Ist immer falsch... Ist immer falsch... Wir müssen hier oben hin... Oh nein... Hm... Ach das Ei... Alles klar... Ach so... Wir sind geblieben wieder... Nein... Nein... Ich bin... Jetzt kurz... Ich bin... Und... Ich bin... Wir sind jetzt ja hier, ne? Wir müssen hier hin. Mit dem Baum. Mit dem Baum. Wir sind für 30. Dann laufen wir uns auch alle hier lang. Machen wir. Genau. Oh. Was ist denn das jetzt hier? Triff mehrere Gegner mit einer harten Schale Kanten. Toll. So eine Sturm. Die Schildkritt auf Löffel D gebracht. Spielt die Löffel D und sie erhält die Fähigkeit Gicht. Was ist denn noch Gicht? Weiter geht's. Jetzt hier lang und hier runter. Meistens mal hier. Genau. Umfasselang. So. Jetzt mal hier, ne? Jetzt haben wir das freigeschalten. Perfekt. Erstmal eine Vollgichten hier. Guck mal her, du Wichser. So. Jetzt haben wir das freigeschalten. Welchen Level praktisch die Schildkröte? Level... Hau mich weg, ne? Ja. Level C war das gewesen, ne? Ja. Genau, Level C. Gut, dann passt das, ja. Na gut, Tim, zurück machst du dich schnell. Gichtwelle! Ja, komm, sterb. Ja. Hier, hier lang. Wir sind zum Brüter-Dinge. Komm, Wetterrang C Schildkröte noch mehr brauche. Gut, passt. Weiter erhöhen tue ich die nicht. Weil die Schildkröte spiele ich nicht so gerne. So, als nächstes brauche ich hier, Master Bodybuilding. Aber wir brauchen, brauche ich kurz das... Halt, stopp. Jetzt muss ich kurz die Schildkröte mal kurz unternehmen. Und danach das machen. Riesen-Sams-Sams-Gewin. So. Als nächstes ist nämlich noch ein Vogel. Wir müssen fünf Vögel nämlich finden. So, Rang D. Ausbrüten haben wir jetzt. Krass. Das heißt, unter anderem noch ein großer Grusel. Mir ist kalt. Gut. Das heißt, können wir zurücktauschen bitte. Ja, da kriegst du noch Gesundheit zurück. Das hat eine geile Fähigkeit. Oh, cool. Okay, wir müssen jetzt mal kurz hier hin. Dann können wir nämlich die Fee holen. Und nochmal hier reingehen zur Rittergilde. Genau, zur Rittergilde gehen. Wollen wir ja schon, ne? Wollen wir hier schon eigentlich... Ja, egal. Laufen wir uns jetzt zurück. Komm, wir schon. Hey, du kannst wechseln. Du kannst einen anderen Charakter nehmen. Habe ich überwie... Ja, ich habe überwiegend zu surfen. Gut. Nehmen wir kurz hier runter. Hallo, hier. Ein Kates-Manner-Verlösserung. Noch mehr. Okay, kriegen wir euch. Nordrhein-Bist-Kartan. Ja. Können wir mal probieren. Können wir mal probieren, ob das schärft jetzt. Und bereit. Ah ja. Nein, wir schaffen es nicht. Schade. Gut, dann auf geht's hier rüber. Wir machen jetzt den Ausflug... Hier noch ein Teleporter, ne? Das heißt, wir könnten uns ja kurz hierhin teleportieren und dann mal hier rüber gucken, ob wir da hinkommen. Gut. Aber... Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Vielen Dank.